Hi und willkommen zum letzten Video der Serie der Play-Long-Version der Kegel-Dette von Wolfgang Amadeus Mozart für zwei Klarinetten. Heute mit der Nummer 12 und die Nummer 12 gibt es wieder in zwei Tempo-Varianten. Ihr hört also erst in der langsamen Version beide Stimmen zusammen, dann die zweite um die erste mitzuspielen und umgekehrt und das Ganze dann nochmal in einer etwas flotteren Variante. Viel Spaß! Noch eine kurze Mitteilung bevor es losgeht. Wir sind jetzt durch mit den zwölf Kegel-Duetten und ich mache erstmal ein bisschen Urlaub und im Herbst geht dann der Konzertbetrieb wieder so ein bisschen weiter unter Corona-Bedingungen. Ich habe aber trotzdem vor, mein Projekt, was ich ja hier während der Covid-19-Krise angefangen habe, so ein bisschen weiterzuführen. Falls ihr also Ideen oder Wünsche habt, was da in Frage käme, so ein bisschen in dem Stil wie bisher in diesen Duetten, dann schreibt mir gerne in die Kommentare was rein und natürlich darf man nie vergessen Videos liken und den Channel abonnieren. Jetzt viel Spaß! Genau! Ja, ich mache jetzt hier noch etwas. Musik 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 Musik